Ich bin hier im Benediktiner-Kloster in Eisiedle und dieses Kloster hat eine lange Musiktradition. Ebenfalls hat es hier einen grossen Schatz, eine Musikbibliothek. Die ehemalige Leiter davon ist der Pater Lukas. Er erzählt uns, was dort für Schätze vergraben sind und was Musik für ihn selbst bedeutet. Grüezi, Pater Lukas, freut mich. Grüß Gott, Frau Kobel. Ich bin gespannt, hier rein zu sein und ein bisschen mehr über Musik zu fahren. Herzlich willkommen. Pater Lukas, danke vielmals, dürfen wir hier sein? Das Kloster Eisiedle hat eine lange musikalische Geschichte. Es gibt hier eine Musikbibliothek, einen grossen Schatz. Vielleicht gerade als Startfrage, was ist Ihr liebster Schatz in dieser ganzen Bibliothek? Der liebste Schatz oder der grösste Schatz ist ein kleines Blättchen, das Mozart selber geschrieben hat. Ein Autographskizzerblatt von Mozart. Wow. Also original. Original. Ist das, was es jetzt ausmacht, die grosse Bibliothek, dass es so einzigartige Papiere drin hat? Also schon vom Bestand her, es sind über 50'000 Titel. Es ist die grösste private Musikbibliothek der Schweiz. Wie ist das für Sie, so einen unglaublichen Schatz dazu? Ach. Wahnsinn. Wahnsinn. Und wenn das im Staat gehören würde, wären das etwa 5 bis 10 Angestellte, die das betreuen. Ich habe das 42 Jahre lang alleine gemacht. Ich habe etwas gelesen, der Schweizer Psalm. Seh gleich an. Ah. Wir haben das Original. Das wissen die allermeisten Schweizer nicht. Tritts die Morgenröte daher. Dass das nicht der Originaltext ist, sondern der Originaltext ist. Diligam te domine. Psalm 18. Ich will dich lieben Herr. Und da passt der Text zur Musik. Diligam te domine. Aber beim 30. Morgenröte daher. Das geht nicht. Wie kam das, dass man genau eine Siedlung gewählt hat für dieses Musikkloster, wenn man so sagen darf? Durch die ganz vielen musikalischen Patres, die es hier immer gab. Früher, das darf man fast nicht mehr sagen, hat man einen nicht genommen, wenn er nicht musikalisch war. Das hat man ihn zu den Kapaziner geschickt. Heute nimmt man alles natürlich. Aber das Benediktinerkloster ist sowieso etwas musikalisches. Weil im Unterschied zu den Kapaziner, die Benediktiner singen das Chorgebett. Wir gehen jetzt noch viermal am Tag in die Kirche und singen. Was macht denn die Musik für sie aus? Wieso? Ist das so eine grosse Faszination? Ich könnte mir das Leben ohne Musik gar nicht vorstellen. Es bricht eine tiefe Schicht von Menschen an, wo die Worte nicht heinkommen. Würden Sie sagen, Glauben und Musik gehören zusammen? Wie ist da die Verbindung? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn man denkt, was es an geistlicher Musik gibt, fast für jeden Satz der Bibel gibt es eine Komposition. Und Sie dürfen nicht vergessen, die Psalmen, die wir jeden Tag singen, das waren schon im Alten Testament Lieder. Musik ist etwas so Wichtiges, das einen den ganzen Tag begleitet. Und die einem auch Kraft gibt. Wenn ich schlecht geblumpt bin, sitze ich an der Orgel. Und dann ist es gleich wieder gut. Denn da sind alle Sorgen und Probleme weg. Jetzt haben wir das Glück, dass Sie heute gerade ein Orgelkonzert geben. Ein kleines, eine Viertelstunde. Ein kleines, eine Viertelstunde. Freuen wir uns, um reinzuschauen. Wir gehen doch jetzt gerade mit dem Besten zu dieser Orgel. Was bedeutet es für Sie, Orgel zu spielen? Ich muss sagen, das bedeutet mir sehr viel. Auch seit 1972 kann ich mit spielen bei den einzelnen Orgelkonzerten. Und bei diesen Orgelkonzerten haben wir durchschnittlich immer 600 bis 800 Leute hier. Aber das ist die schöne Kirche. Die tolle Orgel. Und ganz bestimmt auch die Mönch. Die Leute wollen die Mönchchöre spielen. Auch wenn wir einen berühmten Pariser Organist holen können, dann kommen wenige Leute. Die wollen die Mönchchöre. Die Mönchöre. 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 Und wenn er vor all diesen Leuten in der Klosterkille Orgel gespielt hat. Als wäre es sein Wohnzimmer. Einfach alles in die Gesellen. Sehr schön. So, wir machen jetzt Feierabend. Und ich hol mir jetzt noch das Klosterbräu.